Hey Leute, mit diesem kurzen Video möchte ich mich nochmal an alle Teilnehmer des Community-Treffens wenden, denn es ist nicht mehr allzu viel Zeit bis zum Community-Treffen. Wir werden uns jetzt in diesem Video nochmal ganz kurz die Veranstaltung anhand der Eckdaten und so weiter ein bisschen angucken. Das Ganze soll natürlich auch nochmal als so kleiner Reminder dienen, denn wie gesagt, es ist nicht mehr lange hin. Das Community-Treffen soll stattfinden am 08.06.2019 ab 17 Uhr. Das ist aus heutiger Sicht in vier Tagen. Ich freue mich schon total drauf und bin schon total aufgeregt und so weiter. Und ja, wie gesagt, die Vorfreude ist riesig. Ich möchte jetzt halt einfach nochmal einen ganz kurzen Überblick über die Veranstaltung geben, die Infos nochmal kurz ansprechen. Und bevor wir das jetzt im Detail machen, eine ganz, ganz grundlegende und ganz wichtige Information vorweg. Das Community-Treffen ist keine öffentliche Veranstaltung. Das heißt, wenn jetzt jemand dieses Video sieht und da gerne ganz akut und spontan noch dran teilnehmen möchte, dann bitte Leute, nutzt die Internetseite, die ihr jetzt hier auch seht. Einen Link dazu findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung, unterm Video. Nutzt diese Internetseite, registriert euch dort und dann habt ihr da die Möglichkeit, uns mitzuteilen, dass ihr am Treffen teilnehmen wollt. Und dann werden wir gucken, ob wir das ja auf die Schnelle noch geregelt bekommen. Ansonsten ist das leider nicht möglich, da es, wie gesagt, keine öffentliche Veranstaltung ist. Stattfinden, wie gesagt, wird das Ganze am 08.06.2019 ab 17 Uhr. Wir haben uns als Location für ein Vereinsheim, ein Clubhaus eines Sportvereins hier in Hannover entschieden. Und auch dort findet ihr auf der soeben angesprochenen Internetseite alle nötigen Informationen, das heißt Adresse, Anfahrtsmöglichkeiten und so weiter. Die Location ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Das heißt, auch dort sind die möglichen Fahrtrouten beschrieben. Und ja, es ist auch so, dass viele von euch übernachten wollen. Das heißt also, ihr findet auch dort noch Informationen zu wirklich in nächster Nähe gelegenen Hotels. Wobei ich da schon gehört habe, dass die Belegungssituation relativ knapp ist. Das heißt also, fragt gerne nach. Ich weiß nicht, ob noch zimmerfrei sind. Auf jeden Fall fragt gerne nach, wenn ihr da noch nicht wisst, wo ihr denn übernachten sollt. Das Ganze von der verpflegungstechnischen Seite her ist als Grillparty gedacht. Das heißt, es soll gegrillt werden. Das jeweilige Grillgut bringt bitte selber mit. Dann bin ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass an Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter gedacht ist. Und natürlich kann ich so auch gewährleisten, dass jeder auch das bekommt, was er denn gerne haben möchte. Es wird so eine kleine Grundversorgung darüber hinaus geben, sodass da auch tatsächlich keiner leer ausgehen muss. Aber wie gesagt, bringt bitte euer Grillgut selber mit. Ihr habt auch hier auf dieser Internetseite die Möglichkeit, in diesem Textfeld dann noch Sachen anzugeben, die ihr darüber hinaus noch mitbringt. Sprich, wenn ihr irgendwelche Salate vorbereitet und so weiter, dann könnt ihr das hier gerne kundtun, so dass wir dann halt auch ein bisschen sammeln können und da dann nicht, ja, ich sag jetzt einfach mal, 35 Kartoffelsalate rumstehen und nicht ein Nudelsalat. Das wäre natürlich eine klasse Sache. Nutzt diese Liste, nutzt die Internetseite gerne, gerne, gerne dafür. Ansonsten gibt es vielleicht auch nochmal hier den Hinweis an all diejenigen, die an dem Treffen teilnehmen und nicht auf meinem Discord-Server registriert sind. Es ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, dort jetzt einfach dieses nochmal nachzuholen und sich in diesem Discord-Server zu registrieren, denn auch im Discord gibt es einen Infobereich für das Community-Treffen. Das heißt also, wir haben hier diverse Kanäle für das Community-Treffen. Da findet ihr natürlich auch nochmal alle Informationen, die auch auf dieser Webseite stehen, nochmal zusammengefasst. Aber ihr habt hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel Fahrgemeinschaften zu bilden. Das heißt, es gibt einen Kanal extra dafür, dass ihr nach Mitfahrgelegenheiten suchen könnt oder aber auch eine Mitfahrgelegenheit anbieten könnt. Dann gibt es noch einen Kanal für Musikwünsche und es gibt einen Kanal, der von Koldi verwaltet wird. Da geht es um kleine Andenken von diesem Community-Treffen, denn Koldi hat sich bereit erklärt, personalisierte Buttons zu erstellen. Das Ganze ist jetzt zeitlich mittlerweile auch ein bisschen eng bemessen, könnte knapp werden, aber wenn da jemand noch ohne ist und jemand gerne noch so ein Ding hätte, schaut euch einfach in diesem Channel um, Community-Treffen-Buttons, nehmt Kontakt mit Koldi auf und dann wird sie mit Sicherheit alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, dass auch ihr einen Button bekommt. Im Großen und Ganzen war es das jetzt auch schon. Ich freue mich, wie gesagt, tierisch auf euch. Ich bin momentan natürlich so ein bisschen in dieser ganzen Vorbereitung, in dieser ganzen heißen Phase. Das ganze Organisatorische muss geregelt werden, die Einkäufe müssen gemacht werden. Das heißt, es ist für mich auch sehr, sehr stressig aktuell, aber nichtsdestotrotz ist die Vorfreude einfach riesig. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass es endlich losgeht und ich endlich mal die Möglichkeit habe, nicht einfach nur mit euch über den Stream zu kommunizieren, sondern vielleicht auch einfach mal ohne Delay und ohne Kamera und ohne, dass ich einfach nur euren Chat-Nickname sehen kann, mit euch zu reden. Ich freue mich drauf, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.